Wie kommst du zu diesem... Achso, jo. Ich habe eine Jahre lang einen Kollegen mal wieder getroffen, oder was? Und der sagt bei jedem Satz, oder was, oder was, oder was, oder was, ne? Und dann hat er mich halt angewöhnt, oder was? Ich habe mich mit denen stundenlang unterhalten, oder was? Und auf einmal sitzt das in mich drin, oder was? Und bei dem, in der D, in der Medien zu, das geht ja noch. Ich muss irgendwie... Manchmal haben mich schon angesprochen, oder was? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber das ist dann so eine Angewöhnte, das gehört zum Ruhrgebiet, oder was? Das, ne? Wie oft sagen Sie so am Tag? Achso, jo. Jo. Einer hat mal gesagt, ich soll mal nichts sagen, oder was, oder was, ne? Ja, dann, dann... Dann ist doch wie eine Pause, äh... Guck, jetzt werde ich wieder, oder was gesagt, oder was, oder was? Dann kick. Du bist ja, oder... Jo. Manche sagen, sprach Wurzmann zu mir, oder was. Morgen? Dann sind ja, oder was, oder was만... Also, ja, ich trommiere... cuberai... Vielen Dank.